Ich bin ein Bretoner, drei Jahre alt und komme aus Frankreich. Und ich suche ein Zuhause. Und da niemand gerne die Kapsel im Sack kauft, dachte ich mir, ich zeige euch heute mal ein bisschen was von mir. Habt ihr gesehen, wie flott ich unterwegs bin? Ich kann nicht nur turboschnell laufen, sondern ich bin auch total freundlich und freue mich über jede Streicheleinheit. Abgenossen finde ich auch ganz okay. Die brauche ich aber nicht unbedingt, da mir die Aufmerksamkeit meiner Menschen viel, viel wichtiger ist. Überzeugt euch selbst! Box! Schulnote 1 plus mit Sternchen. Was ich euch unbedingt noch über mich verraten muss. Ich liebe es, draußen in der Natur zu sein, im Wasser zu spielen oder auch im Wald zu schnuppern. Aber das ist ja auch klar, oder? Immerhin bin ich ein Jagdhund. Deshalb wünsche ich mir eine Familie, die mit mir draußen an der frischen Luft ist und viel spazieren geht und mich körperlich und geistig auslastet. Ich bin nämlich noch jung und möchte viel erleben. Neugierig bin ich natürlich auch. Und ganz mutig. Na nun, wo versteckt sich meine neue Familie denn? Bei Fuß muss ich noch etwas besser üben. Da bin ich noch nicht so gut, Trainer. Anfangs bin ich sehr aufgeregt und scanne die ganze Umgebung und möchte überall schnuppern. Aber wenn wir länger unterwegs sind, dann legt sich das ganz schnell und ich laufe ganz entspannt an der Leine. Schau selbst! Puh, das war aber ein anstrengender Tag. Jetzt geht's im Auto zur Zone Pension in Bad Wünnenberg. Falls du mich kennenlernen möchtest, freuen wir uns über eine Anfrage und denk daran, Schmeckis gucken mal gut bei mir an. Bis bald! Puh, das war aber nicht so gut.